So, dann machen wir die Fackel natürlich wieder weg. Was soll denn das? Nein, die lassen wir stehen. Die sollen ja nachwachsen, ne? Jo. Genau. Wir nehmen natürlich auch alles an Stöcken mit, was irgendwie geht. Beim Holzfällen kriegen wir ja immer mal wieder einen zusätzlichen Stock. Aber jetzt gucken wir erst mal. Achso, Moment. Ah, hier ist das so? Ne, warte, das ist so. Haha. Hatten wir doch noch mehr. Ah, das war's schon. Okay, gut. So. Oh, wie sich das lohnt. Sind die nachgewachsen? Hab so ein bisschen das Gefühl. Oh, es ist zu spät. Aufgewacht in der neuen Jahreszeit. Ist jetzt wieder Winter? Hm. Nein. Oh, ne, echt jetzt. Oh, leck, wie geil. Ach so, ja, ich kann immer. Das ist doch super. Frage ist, was ich jetzt sehen kann. Wir haben... Herbst, würde ich sagen. Nicht, dass wir wieder die Hälfte vergessen. Ne. Oh, ja, ja, komm. Äh, erst mal ablegen. Ah, ins Nahrungsmittellager. Natürlich, wir wollen das ja richtig machen. Oh, 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 oh. Haben wir noch Stämme, oder warum ist das jetzt so viel? War es so viel Kohl? Müssen wir erst noch das Fleisch essen. Dann hoffe ich mal, dass der Kohl auch nicht verdirbt. Oh, Pilze. Mhm. Alter, ja, aber das wird auch schlecht, das Zeugs, ne? Okay. Haben wir noch Holzstämme? Stöcke haben wir, aber Holzstämme nicht. Nehmen wir welche mit zurück. Ja, Fall doch. Mhm. Ah, gut. Na, nur drei. Und dafür mengenweise Pilze. So. So. Es wird langsam ein Haus. Dung? Ne, Dünger müssen wir ja weiterhin kaufen. Wir haben nichts mehr. Und wir ernten wieder. Wir haben aber schon gut geahntet. Achso, ne, Quatsch, habe ich. Ich bin blind. Ja, wir kriegen dann super viel Kohl samm. Und weißt du was? Wir bleiben einfach bei... Oh, oh. Ja. Das war jetzt ein bisschen zu. Ah ja, gut. Es tut mir leid. Warte mal ganz kurz. Wir haben doch Fähigkeiten. Gewinnung. Ah. Hm. Komm. Äh, was? Nein. Äxten? Das nehmen wir. Wie? 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 Dann nehmen wir irgendwas anderes, wenn du es unbedingt willst. Jetzt ist es gerade gut. Na? Hm. So, warte mal. Wenn wir... Ne, das Säckchen haben wir... Achso, wir wollen... Ja? 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 Da haben wir schon. Eins. Zwei. Stöcke. Stock. Der Weg soll sich ja lohnen. Wir brauchen ja eh gleich nochmal Ried. Ich muss ja mal gucken, haben wir überhaupt alles schon abgeerntet. Bei weitem nicht. Okay. Ha. Hammer? Hammer? Hammer. Hammer. Ah, dam dam. Hm, reicht nicht. Aber irgendwo brauchen wir bestimmt noch Holzstämme. Ach, haben wir auch keinen mehr. Okay, super, passt. Dann nochmal cool. Das ist nicht mehr viel. Oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Na, zum Glück. Oh. Na, die vier, die macht er noch. Jo, okay. Ja, ich kann immer noch nicht rennen, aber egal. La, 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 la. Alter, ist das viel cool. Hopp, Fall. Oh. Direkt vorm Kopf geklaut. Zweige. Nur drei. So. Ein paar Zweige noch. Na, Stöcke. Zweige. La, 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 la. Das Gute am Spiel ist, dass es, glaube ich mal, ziemlich verzeihend ist. Das heißt also, du kannst auch ruhig mal ein bisschen Blödsinn machen und was falsch machen. Ich meine, verhungern, ja, verhungern ist so ein Ding. So, komm. Na? Da sind ja schon ein paar Stöcke da, ne? So, und Stöcke brauchen wir in rauen Mengen und Zweige. Was im Prinzip das gleiche ist. Stöcke sind... Zweige, wenn sie ab sind. Und da haben wir ja schon einige. Stöcke könnten sogar jetzt schon reichen. So, es ist schon mal rundum zu. Was wir natürlich noch brauchen, ist Stroh. So, lass mich raten. Wir brauchen auch keine Stöcke mehr. So. Wie ich sage, schnappen wir uns mal ein bisschen Reed. Aber es ist hier schon. Wächst das nach? Bestimmt. Es ist ja schön in der Nähe. Wie viel brauchen wir? Wie viel brauchen wir? Ich weiß es nicht. Sieht man hier auch nicht. 50. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Könnte hinkommen. Und dann brauchen wir nur noch Rollstämme. Und dann brauchen wir nur noch Rollstämme. Ich will nicht. Ich will nicht den... Das will ich. Ich will nicht. Ha. Ne. das soll erstmal schauen da noch hier aus geht ziemlich genau auf ja ich glaube wir sind so weit eigentlich durch aber noch ein strom und jetzt nur noch holzstämme da kommt dieser zentrale baum hier der große der stört mich die ganze zeit schon na fällst du danke 1234 geht doch jetzt mal erst bei den holzlern dachboden weg weil er stört einfach dann sehen wir nämlich fast das ist mich so ein bisschen jetzt verstehe ich auch und einmal reddach wir brauchen noch 1 2 3 4 5 6 6 stück so unten am fluss gut volle funktioniert nicht hallo 1 2 3 4 und den auch kommt so während der feld trinken wir noch einen schluck und ja ist das richtige so den bräuchten wir eigentlich nicht und werden dadurch auch extrem langsam aber das hält nicht lange an habe ich richtig gezählt und jetzt müssen wir einen einwohner schnappen und dünger haben wir noch dünger wir schauen dung haben wir ein das ist nichts stroh hätten wir noch gehabt zwiebelsamen aber lass mal ganz kurz gucken wo haben wir denn das säckchen das ist nicht mehr ganz toll aber egal das nehmen wir jetzt mal und dann schauen wir mal ganz kurz auf der 4 so gucken wir doch mal plantage fällt so kann nicht gesät werden